Musik Ich fände es interessant, wenn die Wände sprechen könnten oder wenn das Haus mal so seine Geschichte erzählen könnte. Haus Weckbecker in Lehmen hat schon bessere Tage gesehen. Doch das ist lange her. Seit sich Bürgermeister Arnold Waschgehl erinnern kann, ist das alte Gemäuer ein lost place. Also wie ich als kleiner Schuljunge hier zum Turnen in die Turnhalle hoch bin und an dem Gebäude vorbei musste, hat das immer sehr erschreckend gewirkt. Also es war halt immer so ein bisschen spooky. Die Fensterläden, die klapperten oder hingen schief, die Scheiben waren eingeschlagen, es wucherte Efeu oder wucherte immer noch Efeu hier rum. Und als Kind hat man natürlich kindhafte Fantasien und immer so ein bisschen die Angst mit sich. Ist dahinter wer? Arnold Waschgehl hat heute die Schlüsselgewalt über Haus Weckbecker. Seit mehr als 40 Jahren steht das alte Herrenhaus leer. Im 19. Jahrhundert war es ein echtes Prunkstück. Doch dann für vieles nach und nach. Die Familie des ehemaligen Eigentümers hat das Erbe ausgeschlagen. 2009 besuchten Familienmitglieder noch einmal das alte Gebäude. Das war ja der Saal. Tanzsaal war das. Eine Gastwirtschaft. Und dann hat sie das hier abgespielt. Und im nächsten Raum. Und der Raum davor war unsere Küche. Dadurch, dass fünf Erben gewesen sind, hat jeder seinen Teil bekommen. Und derjenige, der jetzt diesen Teil, diesen großen Teil bekommen hat, hat auch nicht mehr das Geld gehabt, um da so viel reinzustecken, weil auch keine Nachkommen da waren. Und deswegen ist das nachher eben nicht mehr bewohnt worden. Seitdem steht das klassizistische Gebäude leer. Wo einst die Großfamilie rauschende Feste feierte, ist der Verfall allgegenwärtig. Schon seit vielen Jahren versucht man, das denkmalgeschützte Herrenhaus zu retten. Also es hieß damals immer, ja, für eine D-Mark kriegst du es. Man hat natürlich die Denkmalpflege zu betrachten und auch da entsprechende Auflagen zu erfüllen. Wir waren selbst persönlich privat mal daran interessiert, das Gebäude zu übernehmen. Davor sogar auch mal hier eine ortsansässige Arztpraxis zu unserer Zeit damals verlangt, dass man eine Mosaikdarstellung wieder saniert, also wieder herrichtet, dass die Außenfassade erhalten bleibt. Dass natürlich kein Glanzdach oder kein Zinkblechdach zu errichten geht, sondern halt eben am liebsten deutscher Schiefer. Und dann ist das ein Fass ohne Boden. Ein Investor fand sich nicht. Und so geht der Niedergang weiter. Das Dach war zeitweise undicht. An vielen Stellen ist der Boden eingestürzt. Na ja, die Denkmalpflege ist lockerer geworden in ihren Auflagen. Also man kann, ich sag mal, statt Holzfenster auch Kunststofffenster verwenden. Man kann auf dem Dach Solarplatten auflegen, die halt einfach Schieferoptik widerspiegeln. Das verwunschene Haus hat seinen eigenen, geheimnisvollen Charme. Und seine Fans. Also ich hab hier auch einen Filmemacher, einen Regisseur, der hat hier Szenen gedreht für einen Horrorfilm. Ich hab ja Private, die halt einfach nur neugierig sind. Manche, die machen Reportagen für so Lost Places. Das alte Gemäuer hat eine lange Geschichte. Und Arnold Waschgehl hat Träume, wie es mit Haus Weckbecker weitergehen könnte. Die Idee wäre eigentlich, aus dieser Burkirine eine Kindertagesstätte herzustellen. Die Denkmalpflege hat da, ich sag mal, ein waches Auge drauf. Also einfach mal so abreißen ist nicht. Die Suche nach einem Investor geht also weiter. Die Zeit wird entscheiden, ob Haus Weckbecker in Lehmen an der Mose noch zu retten ist.